Hey Pool-Guru, was sollen wir als erstes machen? Einen Pool bauen oder heilern? Was hält denn eigentlich länger? Ja, sehr schön, vielen Dank, super Frage, hat mich sehr gefreut. Ich habe auch gleich mal nachgeschaut. Also, in Deutschland hält die Ehe im Durchschnitt 14,8 Jahre lang. Das schafft auch locker jeder Leichtbaupool, gar kein Problem. Wenn ihr es etwas länger wollt, dann solltet ihr euren Pool betonieren, dann sind es auch gerne schon mal 30 bis 40 Jahre. Und was am allerlängsten hält, das ist die Ehe am Pool. Und von daher wünsche ich euch alles Gute und viel Glück im Leben. Und an alle anderen gerne eine Videobotschaft an mich, wenn ihr Fragen habt, die beantworte ich jederzeit.